Herzlich willkommen meine Damen und Herren in dieser außergewöhnlichen Immobilie. Eine wunderschöne Architektenvilla in bester Willenlage auf dem Frankfurter Riedberg. Entspannen Sie sich im umlaufenden Garten mit großzügigen Terrassenflächen in Südausrichtungen. Der Pool wird über eine eigene Solaranlage beheizt und durch Öffnen der Poolabdeckung vergrößert sich die Terrasse. Edles Wohngefühl vermittelt der Wohn-Ess-Bereich nicht zuletzt mit seinen zwischen 3,70 m und 6 m hohen Decken und dem 270 Grad umlaufenden Kamin. Auf über 266 Quadratmetern Wohnfläche und über 70 Quadratmetern Nutzfläche findet sich High-End Architektur auf allerhöchstem Niveau. Von der durchgehend kubistischen Formsprache über edelste Materialien bis hin zu cleveren technischen Detaillösungen lässt diese Villa keinerlei Wünsch aufrufen. Hier im ersten Obergeschoss befinden sich drei der Schlafzimmer mit ihren En-Suite-Bädern. Wie Sie sehen, sind die Räume hell und lichtdurchflutet. Perfektionismus und Stil bis ins allerkleinste Detail. Diese Immobilie begeistert nicht nur die moderne Familie, sondern auch Paare mit allerhöchstem Platzanspruch. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage oder folgen Sie dem unten stehenden Link. Vielen Dank!